okay so mir fehlt jetzt noch welches der wald und die lichtung so die lichtung das ist hier und da könnte ich ja so felsen noch mit reinarbeiten obwohl hier ich fände das ist viel zu viel baum als viel zu viel baum so weiter weiter einmal hier einmal hier was das sieht ja cool aus habe ich ich habe platz dafür tropisches grünzeug das würde hier sogar eigentlich reinpassen was haben wir dann noch wege gestrüppt vielleicht seerosen was ist das wüstenrose das können wir hier so vom baum stellen okay und dann hätten wir ja hier noch ein bisschen was samt die kriegt so das ist alles wasser und so ein busch noch vielleicht rechts dann sogar schon können wir alle drei abgeben okay so wer ist eigentlich noch auf wir könnten gut für noch sprechen vielleicht gehört die socke ja ihm tatsächlich tatsächlich schön dich zu sehen sag mal was hast du denn da ori es ist eine socke ich glaube sie gehört dir du hast recht das ist einer meiner socken ich habe schon überall danach gesucht neulich sind alle meine socken einfach verschwunden alle jetzt wo ich so drüber nachdenken war es nur die hälfte die linke socke von jedem paar ist weg die linke socke aber socken haben doch keine vergiss es du hast nicht zufälligerweise außerirdische gesehen oder so in der tat ich sah ein paar komische lichter im himmel bevor es passierte ich dachte erst es wäre eine art stern schnuppe aber jetzt wo ich darüber nachdenke donald redet schon seit einer woche von sockenklauenden außerirdischen vielleicht hat er recht ich habe ihm gleich geglaubt vielleicht haben die außerirdischen einen hinweis hinterlassen als sie mein haus verwüstet haben gute idee ich werde in deinem haus nach hinweisen suchen also so wie es hier aussieht war alles andere da wie außerirdische was haben wir hier das einen hinweis ok bringe donald das blaue feld ok dann auf zum donald wo isen er ja natürlich darfst du ich habe da was für dich was ist das ein weiterer hinweis es ist ein feld einer unbekannten kreatur es könnte von einem außerirdischen stammen aber es könnte auch von einem waschbären oder ähnlichem sein mach dich nicht lächerlich welcher waschbär klaut denn die hälfte aller socken außerdem ist das feld blau erinnerst du dich auch noch an die lustigen dingsbums das wir in einem haus gefunden haben das stammt nicht von einem waschbären ich habe eine idee das dingsbums hat wieder angefangen zu piepsen mal sehen was passiert wenn wir das fell hineinstecken hast du das gesehen es hat wieder angefangen zu blinken was steht da hier steht dna übereinstimmung autorisierung 66 prozent vollständig das ergibt noch weniger sinn als vorher ich glaube es bedeutet dass das fell von dem stammt der allen die socken stiehlt wir müssen wahrscheinlich nur noch einen hinweis finden um es auf 100 prozent zu bringen mann um mann das wird einfach ich werde nach weiteren hinweisen ausschalten okay ja ja passt schon dann muss man jetzt schnell noch zum tag ja dagobert und geben die ganzen aufgaben ab wo auch immer er ist ach da drüben steht er sei gegrüßt nachbar sei gegrüßt und herzlich willkommen so wieder vor des tals die opferkeit sieht prächtig aus gut gemacht wie ich immer sage eine solide investition wird sicher eine solide belohnung bringen sei gegrüßt nachbar ja dann hier die wiese was für eine hübsche wiese aber du darfst es nicht dabei belassen wenn du weitere möbel baust oder sie von mir zu einem vernünftigen preis kaufst wirst du die wiese erstrahlen lassen wie das gold in einem geld speichern jawoll level ab 1000 münzen kriegen wir jetzt einen schönen tag noch so nun die lichtung ist bei dir in guten end nori ich habe es schon lange nicht mehr so schön gesehen mach weiter so und du wirst das dafür in kürzester zeit zu deinem machen das heißt wir haben alle abgeschlossen freundschaft aufwerken okay und wir müssen auch anscheinend neues biome freischalten okay geld haben wir nicht allzu viel was ist denn das hier ein schönen tag noch ein abfall eimer ja kauf mal was ist das sei gegrüßt nachbar die sieht cool aus kann ich mir die leisten ja auch was haben wir hier nee sonst brauche ich nichts danke wie viele dream let punkte hammer denn überhaupt 3000 hier sind nämlich auch blumen drin ich hätte auch gern blumen so also das sind nur die kaputten fenster ähm nee notwendiger ist da nee 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 dekor wo ist denn das was wir jetzt gekauft haben unter tische nicht betten auch nicht sitzmöbel lager das ist alles lager ok ok geräte was nicht kunst hier jetzt setzen wir eine schale da drauf und der mülleimer wo waren der drin so schauen wir unter alles filter schwarz wo ist denn mein mülleimer hier ist er aber der ist ja schwarz hä ok dann stellen wir da einfach hin so ok geld haben wir nicht viel was ich gerade vorher gesehen habe 500 500 haben wir nur ok weißt du was wir verkaufen jetzt mal einfach alles was wir doppelt und dreifach haben so hier die haben wir drüben drinnen ähm da war noch ein fisch der hummer den nehmen wir auch mit sonst habe ich nirgends mehr irgendwas drinnen ne das war nein falsches lager hier achso dreamlight haben wir wieder zwei schau ich muss halt beziehungen verbessern mit den leuten so ich möchte bitte verkaufen und zwar die fünf das möchte ich bitte alles verkaufen die nicht so 11.000 kriegen wir jetzt what ok sehr sehr schön dankeschön gut dann schauen wir mal hier muss ich freundschaft aufwerten die ariel die muss ich auf level 3 bringen ähm wo ist denn die ariel ok die ist am strand unten unterwegs ähm wie komme ich da jetzt runter da hinten ähm ich weiß nicht ob das jetzt die richtige seite ist ich hoffe sie sitzt hier und nicht drüben so wo ist sie jetzt ja und wo ja und wo ah hier ne sie taucht weg haben sie taucht wieder auf ich freue mich so dass du hier bist ähm haben wir etwas für dich dabei nö aber du kannst basilikum haben bitte ja ähm lass uns über dich reden ich habe eine idee mal sehen wie viel wir über den anderen wissen es kann ein spiegel sein ein spiel sein ich fange an ich bin die tochter des königs im meer wie heißt mein vater ist das poseidon oder könig triton ich weiß es nicht ok könig war eine anspielung ok das ist richtig ok die nächste frage ist etwas schwieriger wie viele wie viele schwestern habe ich äh du bist einzelkind nein ich habe sechs ältere schwestern was aquata andrina arista atina adela und alana aber das war eine schwierige frage alle fangen mit a an was ich verspreche dir die nächste frage ist einfacher ich habe eine sammlung voller dingsbums und krimskrams einfach alles mögliche weißt du was diese gegenstände meiner sammlung gemeinsam haben äh es sind korallen nein es gibt eine menge korallen im meer das wäre so ähnlich wie sand sammeln ich sammle menschenkram ich finde es sehr interessant du hast bisher nur eine antwort richtig gegeben aber mal sehen wie du bei der nächsten antwort abschneidest was wollte ursula von mir als ich sie um menschliche beine bat ursula ist böse ein dreizack deines vaters es tut mir leid sie wollte meine stimme versuchen wir es mit einem anderen ey wisst ihr wie lange das her ist dass ich ariel gesehen habe das ist schon ultralange her wie hieß der mensch den ich vor dem ertrinken gerettet habe abschaum wapp er wurde verletzt ja er wurde verletzt als er seinen Hund während eines Sturm rettete ich bin so froh dass ich da war um zu helfen du weißt du schon einiges über mich ja zwei Sachen und das letzte war geraten ich hoffe du hattest Spaß Lass uns bald wieder reden. Ich kann es kaum erwarten, mehr über dich zu erfahren. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Ja, lass uns dein Haus ansehen. Ach so, und sie ist jetzt gar nicht hier. Okay, so. Oh, wie kriege ich ein besseres Verhältnis zu den allen? Also, warte, das nehmen wir natürlich wieder mit. Dass wir das Sand trennen. So. Wir könnten ja alle einfach beschenken. So, Dali. Warte, warte, warte. Hier. Wir sammeln ein. Ja. Kann ich das noch erweitern? Wie viel kostet das? Sei gegrüßt, Nachbar. Wajanas Bozo verbessern würde ihr mehr Lagerraum. Geben weniger Energie, verbrauchen und ihr helfen, seltene Fische zu fangen. Eine bessere... Ja, bitte. 3, 5. Bam, bam. Sehr schön. Okay. Dann würde ich gerne noch... ...die ganzen Läden... ...vom Goofy... ...aufwerten. Ja, hier ist auch noch nicht ganz aufgewertet. Okay. Ich glaube, da geht es eh nur noch einmal. Sei gegrüßt, Nachbar. 3.000. Genau, das ist die letzte. Und dann haben wir noch... Ja, hier war er, glaube ich, als erstes noch. So, wo ist er denn? Hier. Sei gegrüßt, Nachbar. Und wieso kostet das jetzt 5.000? Aber egal. Sehr schön. Okay. Ich möchte nämlich irgendwann mal... Ähm, wo sind wir hier? Ähm, am besten hier oben, wo? Da, überall Pflanzen am Pflanzen. Alles, was man halt so bekommen kann. Direkt vor der Tür oder sogar vielleicht hier drüben. Mal schauen. Hier ist eine Blume, die gegossen gehört. Okay. Aber wie kriege ich jetzt Freundschaft mit weiteren hier? Okay, ich bringe der Ariel jetzt einfach mal eine Blume und so. Keine Ahnung. Irgendwas, wie sie schon haben wollen. So. Oder vielleicht auch hier so ein Edelstein. Ist an und für sich, glaube ich, auch keine so eine schlechte Idee. So. Da haben wir einen. Aber warte mal. Wen haben wir denn eigentlich? Für Graben. Da ist noch nichts. Die Vajana ist Bergbau. Schläft die schon? Die schläft. Vajana schläft. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Er ist Sammeln. Sie ist Graben. Achso, haben wir noch nicht. Kann mehr Ernte einbringen. Okay, was möchte sie denn? Ein Armedist. Weiße Spring... Weiße Springkraut. Habe ich das nicht? Ein weißes Springkraut. Wo kriege ich das her? Ähm. Weißes Springkraut. Habe ich noch nicht. Im vergessenen Land. Okay, dann schauen wir, ob wir einen Armedisten zu Hause haben. Da war irgendwo was. Ja, genau. Da ist die Blume. Die wir noch gießen müssen. So. Schauen wir. Der Armedist. Da haben wir eh unsere Edelsteintruhe. Da haben wir einen glänzenden Armedist. Sie will aber einen normalen Armedist. Wo kriege ich Armedist her? Sammeln. Achso, hier. Edelsteine. Ein Armedist. Kriege ich beides nicht. Was ist das vergessene Land eigentlich? Ganz oben. Nee, da komme ich noch nicht hin. Was kostet mir eigentlich das hier aufmachen? 7000. Okay, da bin ich noch ein bisschen lang davon weg. Okay. Baue 5 Gemüse anbringe einem Freund. Ja, ja. Entferne Nachtdornen. Haben wir irgendwo überhaupt noch Nachtdornen? Ich glaube, hier oben haben wir noch welche gehabt. Vier Stück. Da haben wir mal zwei. Was kostet das hier? Sei gegrüßt, Nachbar. Also, ich habe nur mehr 203,5 auch. Okay. Nachtdornen. Hier sind aber keine Nachtdornen. Doch, da hinten ist noch einer. Jawohl, wir kriegen es zusammen. So, ändere dein Outfit und baue vier Felsflecken auf der Lichtung des Vertrauens. Füttere ein Krokodil. Bereite einen Zwei-Sterne-Gericht zu. Okay. Zwei-Sterne-Gericht, das kriege ich, glaube ich, hin. Da habe ich einen Wegpunkt gesetzt. Aber, naja, gut. So. Die habe ich, glaube ich, nicht. So, dann haben wir das. Baue fünf Gemüse an. Neuer Felder wären cool. Raps, das ist alles schon angepflanzt. Bis auf das hier, glaube ich. Okra-Samen. Das heißt, schon rübernehmen auch. Okra-Samen sind, glaube ich, keine hier. Okay, warte. Ne, du sollst es nicht zumachen. Achso, das geht hier nicht wegen dem Baum. Egal, setzen wir es hier unten an. So, dann würde ich gerne Samen pflanzen. Und zwar diese hier. Achso. Ich sollte halt halten. Ne, du sollst... Einen Samen pflanzen sollst du. Hä? Hier. So, dann gießen wir. So. Okay, ändere dein Outfit. Ähm, Garderobe. Ne, die gefällt mir nicht. Ähm, Brillen. Was haben wir da dabei? Lass mal die. So, müsste passen. Okay, habe eine tägliche Diskussion. Einen Freund sein Lieblingsgeschenk. So, haben wir irgendjemanden bei der Sammlung? Charaktere. Blauer Bartfaden. Den könnte man kriegen. Blauer Bartfaden. Du sollst nicht nach die Nachrichten schauen. Ist das vielleicht nicht sogar ein blauer Bartfaden? Ja. Okay. Merlin. Wo ist unser Merlin? Der müsste ja im Grunde... Warte, ich esse jetzt mal was. Achso, es geht sich nicht aus. Also mal, bis sie schneller sind. Sind wir jetzt eigentlich schneller? Ernsthaft? Geht das mit denen gar nicht? Tschüss. Tschüss.